Töten wäre die einfache und schnelle Option. Sollten wir es allerdings schaffen, sie gefangen zu nehmen, hätten wir viel länger Spaß mit ihnen. Stellt euch doch mal vor, was wir alles mit ihnen anstellen können. Interessante Experimente, sie ein wenig quälen, die Möglichkeiten wären grenzenlos. Mann, wann sind wir denn jetzt endlich da? Mann, hör doch mal ein bisschen Geduld. Lauf doch schneller. Nicht mehr lange, ah, okay. Okidoki, Candy. Ich folg dir. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen nach rechts. Ja, geil, von wegen nicht mehr lange. Da ist wieder so ein Punkt, Punkt, Punkt. Sturmwaffe. Sind die wieder Mutanten? Okay, Leute. Ganz dicht bei Candy bleiben. Ja, ja. Ganz dicht. Ah, ja, Candy. Ich sehe hier noch nichts. Hier ist gar keiner. Ich bin nicht. Da vorne, da vorne, da vorne. Junge, da sind mega viele, okay. Hä, die haben grüne Beine. Candy, Candy, geh zurück. Halt dich bloß zurück, Candy. Geh am besten hier in die Bushaltestation. Warte auf dem Bus. Genau. Warte einfach mal hier auf dem Bus. Und wir müssen mal gucken. Okay, Leute. Wir hören nicht los, sobald es sicher ist. Aber so eine Steinbauer, sie kriegt gar keine Luft. Ja, aber was ist... Junge, da sind nackte Zombies. Und die sind Nagas. Naga-Zombies. Oh nie. Okay, Leute. Was ist das denn für Opfer? Ich würde sagen, drei, zwei, eins. Sturm, Sturm, Sturm. Oh Gott, der Sound ist wieder so laut. Oh Gott. Es tut mir leid. Was, wie schwach die sind. Hä? Oh, die haben Waffeln dabei. Die sind die bessere Mutanten, die auf den Waffeln bekommen. Ich weiß nicht, warum der Sound so laut ist. Ich auch nicht. Übrigens, Leute, habt ein bisschen Nachsicht mit P-Dizzle im heutigen Part. Ich habe gestern, ich mache mal ein bisschen Real-Talk hier. Er hat den ganzen Tag Pokémon Go gespielt. Nein, hätte ich gerne gemacht. Aber ich musste meinen PC neu aufsetzen, weil es da mega viele Probleme gab. Okidoki, hier ist alles clear. Zombie. Oh, da vorne ist noch einer. Hä? Was wurde... Warte mal, warte mal. Aber die attackieren gar nicht. Oh, doch, jetzt kommt er aber. Hilfe. Warte, warte, warte. Vielleicht will er dich nochmal an. Nee, das sieht nicht so aus. Der sieht... Ich war mit Axt. Hey. Okay. Was ist das? Candy, das ist zu gefährlich. Das darfst du nicht sehen. Lass doch Candy hier raus. Candy, komm. Ha, sie nimmt meinen Ausgang. Hier nimm. Danke. Ich habe dir ein paar Waffeln mitgebracht, du geile Schnalle, du. Sind von ein paar Mutanten. Wer sagt ihr, dass es überhaupt... Lecker. Das gefällt Candy, ne? Ja, der Kleine. Meine Nummer ist... 1, 1. Mann. Ich mag Waffeln. Ich bin eigentlich auch ein großer Fan von Waffeln. Ich mag alle Waffeln, die nicht blau sind. Oh, ich habe keine... Mutti mehr für die Waffe. Noch mehr. Oh. Was ist los, Candy? Das ist ein Junge. Wir müssen dazwischen den Häusern durch. Wie, das ist ein Junge? Ja, ein Junge. Ein Mutant. Ein Junge Mutant? Was ist denn? Oh, warte, wir können doch nicht immer so... Okay, Candy, bleib hinter mir. Bring dich hier durch. Ich habe den Mutanten. Okay, ich bin bei euch. Vorsichtig, Candy, ganz ruhig. Oh, da ist noch welche. Ganz ruhig. Okay. Oh, ich bin vergiftet. Oh, da ist ein Dehner und er ist halb Pferd. Alter. Halb Dehner. Au. Oh Gott, ich habe nicht mehr... Leute, alter Schwede. Man darf echt nicht nah an die rankommen. Dann wird man doch ein bisschen... Oh, nee, ich will kein Mensch Fleisch essen. Da kommt noch einer. Wo ist Candy? Ach, da. Oh, Candy. Erschrecken mich so, Baby. Mach mal hier ein bisschen Licht. Wo ist der? Wenn das dann eine Frau erfährt, Palupen. Was? Ich mache doch gar nichts. Ja, ja. Oh, nein. Ich habe die Einrast-Funktion activated. Oh Gott. Ja, ich habe so oft Shift gedrückt. Na, Hauptsache, du rastest nicht aus. Nein, nein. Okay. Hey, Freunde. Da sind... Kleine Manjels. Hallo. Na? Oh, alle, der springt hier aber schon. Hey, das sind meine Fans. Oh, die baller ich so weg. Junge, die baller ich so weg. Ach, dann Candy. Oh Gott, Manjel. Manjel, nein. Oh Gott. Oh, Candy. Alles gut. Ach, ich habe hier die ganzen Fackeln. Hat noch jemand Fackels? Ich habe Fackels. Oh, warte mal. Ich habe einen One-Hit. Bats, Alter, ein Critical. Da habe ich Manjel richtig... Oh Gott, oh, sorry, ich habe mich erschreckt. Ich dachte... Hier, nehmen Sie alle. Alles okay. Nein, ey. Wieso sind die denn... Waren nur meine Beine. Komm her, Smurf. Da sind auch noch eine Gruppe. Manjel, wegkommt. Po, po. Dort hinten ist das Lager. Hätte mich verrufen. Hä? Wo ist das Lager? Sie schreibt gerade. Dort hinten? Ach, der lang. Okay. Okay. Warte mal, warte, warte mal. Ich habe so ein bisschen... Was sind das denn für Gesichter? Oh Gott, das sind Wachen. Oh, die haben Mosken auf. Larry. Hi, Larry. Na? Geh am besten rein. Okay. Okay, wir warten hier. Nee, ich meine, wenn wir da einfach reingehen... Ich meine, wir sehen hier auch so ein bisschen aus. Ich meine, manjel sieht definitiv aus wie ein Mutant. Ich bin eine Oma. Sehe ich auch aus wie ein Mutant? Ja, du siehst exakt aus. Obwohl, mach dich mal ganz kurz oberkörperfrei. So. Also, eigentlich müsstest du mich erst zum Essen ausführen. Ja, warte, ich... Hier. Oh, guck. Jetzt ist oberkörperfrei schon besser. Essen. Ach, Mann. Und dann auch diese fette Waffe. Und dann auch diese Unterhose. Und dann die Stiefel. Ach, Mensch, ey. Du bist echt sexy. Muss man dir einfach lassen. Du hast einfach... Du hast einen sehr, sehr guten Körpersomber. Gehst du trainieren? Das war eine Ganzkörperstrumpfstrumpf. Wie findest du die? Sieht ein bisschen aus wie ein Pyjama. Okay, ihr könnt reinkommen. Okay. Darf ich mich wieder anziehen? Nein! Du bleibst nackt. Okay. Hallo, Candy, na? Okay. Na? Loot? Oh. Du kannst die Leute doch nicht direkt beklauen. Am besten geht ihr nach ganz oben und redet mit Nick. Okay. Oh. Hallo, Larry. Hallo, dritter Larry, den ich schon heute sehe. Mensch, die sind aber geil. Es gibt... Es gibt... Noch einen Larry. Oh, da sind... Hier sind Waffen drin. Oh. Dürfen wir die nehmen oder müssen wir erst mit denen reden? Boah, ich nehme einfach mal, ne? Okay, ich habe mal den Pfeffer, das da. Looted, Leute. Das ist eine Sache, die wir gut können... Hm? Hier steckt einer in der Wand. Larry. Larry, 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 Larry. Ja, ich habe... Freedom. Alter, wir haben Larry gerettet. Der wäre suffocated. Oh, Nick. Anführer der... Yo. Alter. Doppel... Guck mal, der sieht aus wie so ein Beachboy, Alter. Der sieht ultra cool aus. Krasser Typ. Was geht ab, Nick? Guten Tag. Wie ich sehe, haben wir neue Rekruten in unserer Bürgerwehr. Junge, wir sind keine Rekruten oder sonst was. Wir sind der freaking Freedom Squad. Was war das? Meine Waffe. Der Freedom Squad? Was macht ihr denn hier? Ist dieses Chaos in unserer Stadt eure Schuld? Nein, 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 bro. Es ist das Werk von Evil Professor Ente. Und könnt ihr da hinten mal aufhören zu schießen? Ich versuche hier eine Konversation mit nichts zu halten. Okay. Mehr wissen wir auch nicht. Wie gesagt, es war Professor Ente, der Schlawiner. Also Evil Professor Ente. Professor Ente, nie von gehört. Ist auch völlig egal. 95% unserer Bevölkerung wurde abgeschlachtet. Und uns geht langsam die Munition aus, um uns gegen die Mutanten zu wehren. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel. Wo gibt es denn zufälligerweise vielleicht noch ein bisschen Waffen und Munition? Oh, meine Beine. Zombie. Im Twin Peaks Tower. Aber der ist voller Mutanten. Dort ist auch die Seuche über unsere Stadt ausgebrochen. Wir haben aber schon zu viele Männer bei der Stürmung des Towers verloren. Es ist einfach zu gefährlich. Ach, Nick. Bro. Wir übernehmen das. Wir helfen dir. Weißt du, ganz ehrlich, wo es Loot gibt? Das ist der Freedom Squad. Wirklich? Vielen Dank. Im Haus befinden sich noch ein, zwei Waffen. Nehmt sie ruhig mit. Ihr werdet sie... Oh ja. Wir nehmen die jetzt natürlich. Wir nehmen die. Dankeschön. Danke. Wir haben den Justi vorher genommen. Ist kein Problem, Nick. Oh nein. Ach, und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ach, Mensch. Candy, du scheinst ja eine smarte Maid zu sein. Möchtest du... Also ich meine, wir haben jetzt hier noch ein paar Waffen. Möchtest du mitkommen oder möchtest du hierbleiben in Sicherheit? Nimm meine Rüstung, edle Maid. Also ich überlasse das komplett dir, Candy. Möchtest du lieber hierbleiben oder möchtest du mitkommen? Jetzt hast du meine Rüstung schon. Keine Wahl. Ja, sehr gern. Geil, Alter. Guck mal, dann haben wir das erste weibliche Mitglied im Freedom Squad. Candy. Was? Nice. Was heißt denn? Was? Alter, wir... Können wir nicht Alec retten und Alec ins Freedom Squad reinnehmen? Stimmt, es gibt ja auch noch Alec, Alec. Du hast Alec vergessen. Nein, habe ich nicht. Nachdem ihr mir geholfen habt, kann ich ja euch... Oh, Candy! Oh, oh, oh. Ich bin leider verheiratet. It's too malign, Candy. Ist ein sehr, sehr nettes Eindruck. Ich bin leider nackt. Es sieht eher so aus, als wärst du breit, Alter. Ja, ich habe meine Hosen wieder. Okay, ich bin auch gerüstet. Jetzt bist du wieder im Gefängnis. Jetzt geht's los, Alter. Sauber. Candy, hast du schon eine Waffe? Hat jemand Candy eine Waffe gegeben? In der Kiste liegt noch eine Waffe. Ich habe ihr eine Waffe gegeben. Oh, Alter. Manuel ist on fire. Der Witze-König. Oh, guck dir das an, Alter. Hello, German, let's play. Candy. Hello, German, let's play. Du bist einfach eine Maschine. Jetzt ist es Zeit für Krieg. Ich bin nur für Krieg. Wir sehen uns, Alter. Badlar kゲgt. ränke. Vielen Dank.